Hansa Elektra Wandwaschtischarmatur. Änderung der Werkseinstellungen. Die folgenden Einstellungen der Armatur können verändert werden. Maximale Wasserlaufzeit, automatische Spülung, Dauer und Intervall der Spülung, Reinigungsmodus, intelligente Nachlaufzeit und Sensorreichweite. Wenn notwendig, kann auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Die Einstellmöglichkeiten sind in der Montageanleitung dargestellt, welche sich im Lieferumfang der Armatur befindet. Die erforderlichen Änderungen werden in den Reihen mit der Anzahl der grünen Signalleuchten angezeigt. Änderungen zur Fließzeit und Sensorreichweite sind in den Spalten durch die Anzahl der roten Signalleuchten dargestellt. Die Standardeinstellungen werden wie im Beispiel angezeigt geändert, wobei die Maximalfließzeit der berührungslosen Funktion von 120 Sekunden auf 60 Sekunden geändert wird. Zunächst die Hand vor den Sensor halten. Dann den Magnetschlüssel, welcher sich im Lieferumfang der Armatur befindet, zwischen die Sensorlinsen halten. Sobald der Magnetschlüssel identifiziert worden ist, wird der Wasserfluss gestoppt und eine rote LED beginnt zu leuchten. Den Magnetschlüssel so lange in Position halten, bis die rote LED zu blinken beginnt. Dann den Magnetschlüssel entfernen. Den Magnetschlüssel wieder in dieselbe Position bringen und warten, bis das grüne Licht zweimal blinkt. Magnetschlüssel entfernen. Magnetschlüssel wieder in Position bringen und abwarten, bis das rote Licht dreimal blinkt. Magnetschlüssel entfernen. Die Lichter werden dann in der eingestellten Anzahl blinken. Die Änderung der Fließzeit ist damit abgeschlossen. Um den Reinigungsmodus einzustellen, muss der Magnetschlüssel entfernt werden, wenn die rote LED zu leuchten beginnt. Das rote Licht erlischt dann und ein grünes Signal beginnt zu blinken, solange der Reinigungsmodus aktiv ist. Die Standardeinstellung hierfür beträgt 30 Sekunden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Änderungen in den Einstellungen der Armatur vorgenommen wurden, können die Werkseinstellungen mit dem Magnetschlüssel wie folgt wieder eingestellt werden. Einem grünen Signallicht folgt ein rotes Signallicht. Den Magnetschlüssel entfernen. Die Lichter blinken gemäß der eingestellten Anzahl. Damit sind die Standardwerkseinstellungen wiederhergestellt.